Ah, guten Morgen, Herr Burschke. Ja, guten Tag, Herr Maske. Ich freue mich jetzt besonders, dass ihr ältert jetzt auch mal gleich mal. Das haben wir ja schon lange. Gut, sitz dich doch, Herr Burschke. Sitz dich doch. Danke, danke. Danke, ich will was anbieten, Kippchen. Kippchen? Nein, danke, ich bin bedient. Na, Herr Burschke. So, Herr Burschke. Was geht's heute? Ach, was soll ich Ihnen erzählen? Ist ja wie immer, nicht wahr? Insel, ja, morgens ist der Stress in der Firma, morgens oder abends in der Stress. Mit der Frau, naja, sehr lachst du. Ihre Frau stößt sie. Ihre denn nicht? Ja, nicht. Ihr. Ich muss mich da aber gar nicht gut. Ach, das ist ein bisschen fein. Brauchen Sie vielleicht einen Burschen, Burschke? Nein, nein, Herr Burschke. Ich hab da noch einen Pumol. Kommen wir doch zur Sache, Herr Burschke. Was haben Sie mir denn Schönes mitgebracht? Herr Maske, ich hab Ihnen etwas ganz Tolles mitgebracht. Das ist das Allermeiste aus unserem Programm. Es ist so wunderbar neu und exklusiv, dass Sie das erste sind, der es zu sehen bekommt. Es ist das Top-Produkt aus dem Bio-Sortiment. Bio-Bar. Bio-Bar. Bio-Bar, Bio-Bar. Bio-Bar-Nadelsaft. Bananesaft im praktischen Trinkpäckchen für unterwegs. Bio-Bar. 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 Also, ich sag mal, Bio ist ja ein Auffind. Aber eigentlich kann ich dieses Jahr nichts mehr von euch nehmen. Die Preisellung hat sich ja ganz schön gewaschen. Herr Maske, Sie wissen doch, wie das ist. Das Benzin, die Mehrwertsteuer. Ja, ich sag mal, das ist ja nicht unser Problem. Ich meine, immerhin wollen Sie ja das Zeug verkaufen, aber wie geht. Also, wenn Sie das so sehen, muss ich Ihnen leider recht geben. Genau, Herr Kanzler. Ja, wissen Sie, die Preisellung, die haben wir auch nicht hingenommen. Also, die Preisellung, da kann ich Ihnen leider das... Die Preisellung, da brauchen wir gar nicht mehr zu reden. Das geht natürlich nicht für Sie, die ich noch nicht nachgekommen habe. Sehr schön, Herr Brüßchen. Sagen Sie mal, haben Sie unsere Ökabes gesehen? Ja, ja, natürlich, die sind ja nichts übersehen. Und ist Ihnen da ein Gedächtnis hängen geblieben, was da draufsteht? Ähm, Nordmann, nämlich. Und was noch? Naja, nichts. Richtig, Brüßchen, richtig. Das wäre doch die illegale Werbefläche für euer neues Produkt, Biobar. Biobar, dafür haben wir kein Budget. Ach, Budgets, Brüßchen, Budgets, ja? Die muss man sich mit Konzepten erheulen. Stellt Sie Ihrem Vertriebsleiter einfach die LKB-Fläche als ideales Werbeinstrument für Ihr neues Produkt vor. Ich weiß nicht. Ah, was soll das heißen, ich weiß nicht. Ich sag mal, wir machen Ihnen ein super Sondervorzugsangebot von 1500 Euro für die ersten drei Jahre, muss ich sagen. Also, erst unsere Preise gehören und dann auch noch das... Renate, Renate, suchen Sie mir doch mal die Nummer von Lutz Ziele von Granini raus. Die haben noch irgendwie umguckt. Ja, sehr schön. Gucken Sie mal an, der Brüßchen hat noch gar nicht wehgetan. So, jetzt müssen wir auch über die andere Sachen noch reden. Was geht, ich habe, ich habe Frauen und Kinder. Betriebsleute sind natürlich auch alle bis auf weiteres ausgesetzt. Vier Stunden und zwanzig Päckchen Marlboro später. Okay. Was noch? Wir haben da demnächst ein Betieffest. In Ordnung, ich schicke euch zwei Kisten. Oh, einen Moment bitte. Vibrationserang. Hallo? Hallo, Schatz. Was ist denn jetzt? Wir wollen noch zum Karneval. Sag mal, wie lange dauert das denn noch? Du, ich glaube, das kann auch ein paar Stunden dauern. Dann, vier Kisten, in Ordnung, ja. Das kann sehr, sehr spät werden, Schatz. Das ist eine Klauschung. Gut, machst du zehn Kisten für Ihr Fest? Du, pass auf, geh doch einfach schon vor. Warte nicht auf mich und ich bin nicht wirklich extrem spät. 20 Kisten, 20 Kisten, ja. Und eine Gulaschkanone. Obwohl ich eher das getrunken habe, dass ich heute überhaupt nicht mehr nach Hause habe. Gut, 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 gut. Wir geben euch eine reingemalige BKZ von 1.000 Euro für das Fest. Ah, Schatz, ich bin in zehn Minuten zu Hause. Mensch, Herr Grüster, also mit Ihnen waren wir die am allerliegsten Geschäfte. So, und jetzt setze ich mal die Papplase auf, wir gehen zum Karneval. Ja, mit ganzen Trüten. Ja, mit ganzen Kisten.